Ja, ja, ok So, und weiter geht's In eine neue Welt Oh mein Gott Irgendwas Ich weiß nicht, irgendwie macht mir diese Hülle Angst Ich weiß nicht, ob es dieses Verdauungsgeräusch im Hintergrund ist Oder einfach nur, weil es dunkel ist Was macht das so, ist das? Nebulos Nebulo Also Nebulo heißt er, glaube ich Oh, da oben sind irgendwie Geister Oh, 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 shit Wow Die Geisterrussen, Alter Wow Ich glaub's ja nicht Wow, wow, wow Scheiße Eine Fake-Blume, Alter Aha Da ist ja alles ne Verrasche, oder? Da kommen wir nicht rein Mist Da ist schon wieder so ne Fake-Blume Da ist die echte Blume Puff, danke So Ich hab nichts mehr zum Schießen Hey In einer Stampfattacke Sind sie viel kurzer aus der Gefechtwiese Nein, was hab ich getan? Also nein, doch nicht Ah doch Nein, nein Kann ich vielleicht ne Bombe schlucken für ein Ei, oder so? Ne Scheiße, Mensch Die sind aber gut im Ziel, irgendwie So Geben er Ruhe So, und wir haben den Schlüssel Mit dem wir nicht schießen können, aber So Ich brauch irgendwo So Und hier ist wieder die Oberfiese Blume Die wir auch nicht essen können So Jetzt holen wir uns ein paar Eier Und dann noch das Fragezeichen da hinten Können wir hier eigentlich rein? So So, komm Aber für was ist das da oben? Ist das echt nur Verarsche jetzt, oder? Ja, keine Ahnung Ah Die haben ja perfektes Timing Ich dachte, ich könnte vielleicht runterlaufen Mensch Das ist ja alles reine Verarsche So Das Sternchen Naus Nein 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 Ich will nicht sterben Nein Jetzt muss ich das nochmal machen Toll Toll Ich weiß nicht Soll ich vielleicht schneiden? Ich glaube, ich schneide das Ganze Weil das ist jetzt sehr langweilig Also tschüss So So, ich hab den Schlüssel geholt Ich bin wieder hier in der Höhle Und ja Da unten hab ich die Münzen schon geholt Und alles Und jetzt geht's endlich weiter So So Wir kommen hier raus Und wir gehen gleich wieder hier runter Wenn es gehen würde Geht aber nicht So Was steht da? Trüge L Oder R Um das Fahnenkreuz zu stoppen Nun kannst du viel einfacher zielen Na Toll Das wusste ich schon Okay Ich hab keine Eier mehr Shit So Okay Gehst du auch vielleicht runter? Warte Mir kommt vor Es war irgendwas Wenn man das ganz nach oben ziehen kann Oder war das in einem anderen Spiel oder so? Keine Ahnung Wie kommt vor Da war irgendwas Dass irgendwas rauskommt Das will ich noch schnell probieren Okay Es war in einem anderen Spiel glaube ich Okay Oder irgendwo anders halt Bei Wow War der Cut Achso ja das war weil das Ding wieder runtergekommen war Komm Oh 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 Ich bin schon wieder fertig Und mein Husten meldet sich gleich Okay Schnell durch Wir haben den Schlüssel Wir haben alles beieinander Alles perfekt Wieder in so einer Verdauungshöhle So Okay Dann kommen wir durch die Türe Und Schon wieder Verdauung Verdauungstrakt Dieses Geräusch da Ich weiß nicht Will ich mir das ein? Ich glaube nicht So Oh da ist eine Tür Das ist Wow So Okay da geht es schon weiter Ich weiß nicht Tür oder weiter gehen Hm Das ist eine schwere Entscheidung Ich glaube ich gehe zuerst mal unten hin Okay Nein ich wollte doch nicht zurück gehen Ich wollte diese Diese Äh Obelixel da oben bringen Bin nicht gut So Wie viel Blumen? Vier und sieben Münzen Gut Vielleicht schaffen wir das noch Keine Ahnung Vielleicht habe ich auch schon was verpasst Äh Ich glaube nicht Aber Mal sehen Oh Da kommen wieder Scheigeis raus So Kommen wieder runter Nein So Komm 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 Ich brauche was zu essen Denn ich brauche ein paar neue Schuhe Ich will heiße Maronige verlegen So Upsi Ich war wohl zu gierig Noch was? Noch was? Ne So Toll So Genug Eier So Na toll So Jetzt kommen wieder runter Und Was sagst du uns? Diese Stacheln verursachen große Schmerzen Und setzen Yoshi gleich aus dem Gefick Hier noch ein Tipp Zerstöre die Stacheln mit einem Ei Da wäre ich ja nie drauf gekommen Nein, wirklich jetzt So Gut Oh, da kommen ja ganz schön viele Da bleibe ich wieder hängen, oder? Ja So Wolltet nur die Münze da haben Ich habe Angst vor diesen Stacheln Das sind solche Nein, 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 nein Das sind solche Mega-Mensch-Stacheln Hey Geil So Mega-Mensch-Stacheln Können wir wieder runter und wieder schneller gehen? Nein Nein Danke Wir sind Entwickler Danke Noch ein Ei Danke Noch was? Ich glaube das war's Okay Das war doch klar, oder? So Dann gehen wir durch diese Tür Und